Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead A New Frontier. Ähm, ich möchte gerne, äh, kann ich noch woanders erstmal gucken und so? Ja, dann machen wir das mal erst. All right, here goes nothing. Fuck yeah! Look at all that fuel. This is gonna take a while. Oh, Junge, du sollst immer dann... Ich wusste es! Ja, 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 bitte, 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 bitte. Ich möchte den Jungen nicht verlieren, nicht schon in der zweiten Folge. Bitte. Oh, ich hab voll Hunger, ey. Wäre erstmal schön was essen. Ich hab voll Kohldampf. Ja, wenn er das schon sagt, ich weiß, aber... Ich wollte ja trotzdem mal sicher gehen. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, aber du weißt, dass du jetzt gerade den Jungen da ganz alleine lässt, ne? Kann man drin leben. No, I'm not. Come check this out. Not the cleanest place. Oh, no, Moertos at least. Moerto, Totem. Just be careful. So. Du, 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 du. Erstmal schön durchgehen. Du bist verwirrt, alles klar, Junge. Ich hab's verstanden. Batterien. Ja, das willst du machen in der Zeit, ne? Ich glaub, ich hab da gerade einen Fehler. Ein Pixelfehler, da, das Schwatze. Nein. Nein. Sie hat ja recht, wenn die Horde da kommt und sie sind da umzingelt oder sowas, die kommen da nicht mehr weg. Gerade weil das Areal ja eingezäunt ist. Oh, das ist so sweet. Vielen Dank für das. Backing me up and all? Wie fühlt es sich zu sein, der der Schmerzen ist? Es muss sich eine neue Sensation für dich sein. Ich weiß, was du in der Van wieder? All ich sage ist, dass du mir definitiv einen verdient. Ja, du verdient mir einen verdient. Ich wundere mich sowieso, dass zwischen den beiden sind. Die beiden noch nichts lief. Oh, ich hab's im Rücken heute. Hm. Gott. Damn. Das ist so ein Strich durch die Tür. Das ist so ein Pixelfehler hier. Der Grafikfehler. Der Grafikfehler. Ah, sie sind in der Luke Perfekt Oh Das ist die letzte Mal, dass ein Arschluss auf uns geschaut hat. Bleib auf den Schein, ich will ein paar Koffer holen. Du hast es. Nur ruhig, okay? Kein Problem, dass es etwas schwer ist. Schau, dein Junge ist nicht richtig zu denken. Also, wir sprechen, okay? Du und ich, wir können das ausprobieren. Nein, das ist sein. Schau, Mann. Das muss nicht gehen. Was war das Geräusch? Was hast du da drüben? Ich wollte ihm nichts tun. Ich habe mich... ...und... 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 Ich wollte ihm nichts tun. Ich habe mir... Warum hat er denn jetzt die Knarre weggeworfen? Hallo? Warum hast du das jetzt getan? Ähm... Warte, 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 warte. Nicht... Ich hatte gedacht, wenn die sehen, dass ich nur mit einer Frau und zwei Kinder da bin, dass sie mir nichts tun. Das hatte ich gedacht. Deswegen habe ich mir... Deswegen habe ich mir so gedacht, so... ...Machst du jetzt mal keinen Fehler, ne? Aber... Scheiße. Jetzt haben sie uns mitgenommen. Oh, das ist gut. Was ist denn da für ein Käfig drauf, ey? Nehmen die Waffe, 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 nehmen die Waffe... Irgendwas sagt mir, dass er sterben wird? Du bist mir aber schuldig. Er hat uns nichts getan. Okay. Clem ist hübsch geworden. Wie alt bist du jetzt? 16? Äh, das hab ich dir beigebracht. Ende Staffel 2 war sie wohl gerade 12 geworden. Also ist sie gerade 12 geworden. Wie alt ist sie jetzt? Ich könnte sagen 15, 16, würde ich sagen. 14? Wie für das ihre Truck? Um zu fahren. Put your hands up and close your eyes. Look, I'm the victim here. We're all victims. Oh, so it's okay for you to rob me. This is payment for saving you. Hey, that's for my niece. She loves chocolate more than anything. I promised it to her. Please. What is this, Clem? I'll take you to the junkyard if you let me have your van. I get you there in one piece, then I drive away. That van is our home. It's all we got. That sounds like a no. How about you just give me directions like a normal person? How about I shoot you and take the van anyway? This is a better deal for you. Let's go. Is this really necessary? I don't know you. I don't trust you. And I'm not taking any chances. So it's safer for both of us if you're tied up. Hey, that's fine with me. I don't trust you either. Glad we understand each other. The name's Javier, by the way. People call me Javi. Clementine. Hmm. Thanks for not killing me, Clementine. Don't think me yet. Clem. Haben wir dich gut erzogen. Ich bin sehr stolz. Unter ihrer Leitung. Hmm. Ist echt hübsch. Aber ich würde jetzt echt so schade... Ja, jetzt mittlerweile würde ich so sagen, so zwischen 14 und 16. Okay. Okay. You're good at that. Look. You don't want to talk. Fine. But how about you give me that gun back so I can at least defend myself? For all I'd know, you'd turn around and use it on me. Look, I'm not gonna shoot you. I didn't even shoot the guy who had me tied up. But I know you thought about it. Muertos. Muertos. The herd caught up with us. Muertos. Hmm. What do you call them? Walkers. What do you call the ones that run? They're all fucking walkers, okay? Look, I'm just... I'm not used to being around other people. Not for a while anyway. Usually it's just me on my own. Sounds kind of lonely if you ask me. Well, I didn't ask you. And anyway, I prefer it like that. Dass du noch am Leben bist, macht mich total froh. So, who's at this junkyard? My brothers' kids. And his wife. It's impressive. Surviving this long. Not sure how you did it. Just keeping everyone together like that. I did whatever I had to do to protect them. Kept them out of trouble the best I could. Sucks. That sometimes it's not enough. How about you? You must have been pretty young when this shit started. I was. But some people looked out for me too. What happened to them? Same thing that happens to everyone. Sie war acht. Als das alles anfing. Dann wurde sie in der ersten Staffel neun. Und in der zweiten war sie zwölf. There's a town up ahead. We can stay there until the herd passes. Otherwise we're Walker food. Can you do that? Please? We can't make a detour. I need to get to my family. And I need that van. But right now you have to trust me. Oh, sie ist doch hübsch geworden. Ich würde da überall hin folgen, ey. Die kennt sich aus. Wir haben dafür gesorgt, dass sie sich auskennt. Oh, nein, nein, nein. Das ist doch so. I can't open the gate till you clear them out. Can't risk it. Fuck! These bullets won't fire. Ooh. We'll be cool. Just need a place to ride out the herd. That's all. All right. I'm gonna hold you to that. And I wouldn't recommend changing your mind. If you want to hang on to all your teeth, that is. Now head on in. I got shit to do. Well, welcome to Prescott. Hmm. It's a pretty cool place, actually. Built from an old airstrip, I guess. Pferdchen. Uh, Pferdchen. Pferdchen. Na, ich verstehe, was du meinst. Usually I'm in and out as quick as I can manage. Not exactly an option this time, though. Hey, what's the problem? You have some sort of history here that I should know about? Not really. I just... I know what people are capable of. Hey, Javi. What's... What's up? My family. They're still out there. If you guys made it this long, I'm sure you know, you'll know what to do. Hopefully. Let's go. This way. I gotta see a guy about some bullets. Dann ist sie wahrscheinlich... Ich kann ihr Alter nicht einschätzen. Normalerweise bin ich in sowas ziemlich gut. Hm. Das ist, weil sie so klein ist, aber so alt aussieht. Muss ich wirklich? Ich war noch nie gut da drin, Freunde zu finden. Ich weiß, dass jemand in der Mitte eines Spiels ist. Ich weiß, warum sie das hier gefunden haben. Ich habe noch nie gesehen von diesen in Jahren gesehen. Chess. Nicht wirklich mein Spiel. Ich denke, Gabe hat sich gemacht. Ich bin ein Spiel. Spiel deine Hand. Du wirst, aber du musst es nicht in slow motion machen. Nicht versuchen, mich zu schrauben. Ich weiß, dass du ein Spiel. Das ist mein Spiel. Sicherlich. Immer ein smartass. Also, das nicht funktioniert. Entschuldigung. Oh, du wieder. Du hast ein paar Bewegungen. Ich gebe dir das. Du wirst, ich weiß, dass du von irgendwoher bist. Ich weiß, vielleicht. Garcia. Javier Garcia. Aber was es wert ist, ich glaube, dass du auf die Gäbel gebeten hast. Ein Bande von Leben. Scheiße. Ich sollte eine 20-jährige Karriere haben. Wie ich sehe, nichts mit Betten auf dich zu gewinnen. Und das hat eine Lifetime-Band? Honestly, ich gar nicht mehr so denken. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Fair genug. Ich bin Count Rad, das hier ist Francine. Er läuft den Ort? Ich nehme nur seine Geld. Ja, vielleicht bin ich nur für dich gewinnen. Oh mein Gott, ich kann nicht passen. Oh nein! Oh Gott sei Dank. Gin. Ich mag keinen Gin. Lass sie das mal alleine machen. Ja, wohl eher andersrum. Ja, wohl eher andersrum. Sohn. Oh. Ohhere. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh! Oh! Hey, hör mal. Alles nehmen sich um. Huh? Du bist du stützend. Ich, auch. Wir haben nur... Wir haben nur ein bisschen raus. Das alles. Hör mir gut, was ich. Jesus. Du hast sie unter Kontrolle, Mann. Das ist kein Weg, um zu tun zu tun. Du hast es falsch, buddy. Ich habe eine Kontrolle, die sich so schlecht für dich ist. Wir hatten ein Verhältnis. Okay, 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 so, hey, wir kommen zurück. Ich finde ein paar Batterien. Ich brauche nicht die Batterien. Was ich brauche, sind die Blöcke, die mich nicht verletzt werden. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Look at my eye, man. Of course she's telling the truth. The guy ripped her off, reached for his gun, and would have shot me if she hadn't stopped him. See? You happy now? God damn it. I'm putting you two under locking key until I figure out what to do with you. Oh, hey, what? Are you for real? As real as it gets. Now move it. Got some nerve coming in here fucking up my bar. Ach, ja. Gut, dass ich auf ihrer Seite bin. So, meine Lieben. Aber ich verabschiede mich jetzt für euch und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann, ich verabschiede mich jetzt für euch. Und dann, ich verabschiede mich jetzt für euch. Und dann, ich verabschiede mich jetzt für euch. Vielen Dank.